Willkommen zu MG News Kalenderwoche 10 und das sind die News der Woche. Am Sonntag endete die Intel X3 Masters in Katowice in CSGO in einem spannenden Finale zwischen den Dänen Astralis und Ench E-Sport aus Finnland. Als erstes traten beide Teams auf Train gegeneinander an, wo Astralis sich mit 16 zu 11 durchsetzte. Im zweiten Spiel ging es auf Inferno, wo Astralis in einem Best of 3 die besten Karten zum Champion hatte. Dieser Druck beflügelte die Dänen und spielte Ench mit 16 zu 4 gegen die Wand. Die Weiß führte mit seinem letzten Schuss Astralis zum Sieg auf Inferno und somit auch zum 2 zu 0 Erfolg über Ench. Womit sie sich verdient zum Champion auf den Intel X3 Masters 2019 in Katowice krönen konnten. Wer letztens noch sagte, Sony hat nicht mehr so viele Spiele in der Pipeline, weshalb man auch nicht auf der E3 ist und man bereitet sich jetzt voll auf den Release der Playstation 5 vor, der irrt. Im Rahmen einer Pressekonferenz in Peking wurden gleich 7 neue Titel vorgestellt. Sie entstehen allesamt im Rahmen des China Hero Project, das ins Leben gerufen wurde, um chinesische Entwickler zu unterstützen. Mit Immortal Legacy und Hardcore Mecha wurden außerdem zwei chinesische PS4 Spiele für einen Release noch in diesem Jahr bestätigt. Hardcore Mecha soll schon bald in die Beta-Phase gehen. Mehr Infos zu den Spielen findet ihr in der Videobeschreibung. Wir wissen, Sony wird der E3 fernbleiben. Electronic Arts macht das seit mehreren Jahren auch indirekt schon. Und auch dieses Jahr wird EA nicht auf der E3 vertreten sein, sondern man wird das strategisch vor der E3 stattfindende Event EA Play zum vierten Mal veranstalten. Doch dieses Jahr ohne klassischer Pressekonferenz. Unter dem Motto, weniger reden, mehr spielen, wird wohl EA eine Mischung zwischen Nintendo Direct und die bisherigen Gameplay-Livestreams machen. Auch dieses Jahr wird sich EA verstärkt auf Content-Creator und Influencer in ihren Livestream konzentrieren. Die Auftaktveranstaltung zu EA Play wird Freitagnacht, dem 7. Juni 2019 beginnen. Mit Forza Motorsport und Forza Horizon hat Microsoft zwei hochkarätige Rennspielserien in ihren eigenen Reihen. Jetzt soll wohl ein drittes das Portfolio aufwerten. Entwickler Turn 10 hat versehentlich und unabsichtlich selbst über einen Blog-Eintrag was dazu verraten. Worum es sich dabei genau handelt, ist noch nicht bekannt. Bis auf, dass auch das englische Entwicklerstudio Electric Square daran beteiligt ist und das Spiel auf den Namen Forza Street hören soll. Zudem soll es wohl auch nur auf Windows 10, iOS und Android-Geräten erscheinen. Also keine Xbox One. Wie so oft bei Leaks heißt es abwarten. Microsoft und Turn 10 haben sich nach dem Leak nicht offiziell zu einem möglichen Forza Street geäußert. Und zudem auch den Eintrag entfernt. Diese Marketingaktion würde den aktuellen US-Präsidenten Donald Trump wohl sehr gerne lesen. Nach einer etwas ungelungenen Marketingaktion Anfang Februar, das den Government Shutdown aufgreifte, erntete Ubisoft recht viel Kritik. Jetzt wagt Ubisoft einen neuen Anlauf und diesmal nehmen sie die Grenze zu Mexiko ins Visier. Entwickler Massive Entertainment twitterte auf Twitter eine fiktive Pressemitteilung, wo Mexiko eine Mauer gegen die Flüchtlinge baut. Aber nicht aus ihrem eigenen Land, sondern die der USA kommenden. Überraschend ist natürlich dieses politische Augenzwinkern in Richtung der aktuellen Politik der USA. Vor allem da Massive Entertainment sich in der Vergangenheit gegen zu viel Politik in The Division 2 ausgesprochen hatte. Doch das gilt womöglich nicht für Marketingaktionen. Tom Clancy's The Division 2 erscheint am 15. März 2019. Waren noch zu Mamas und Omas Zeiten Spiele wie Räuber und Gendarm analog im Wald sehr beliebt und Teil der Jugendkultur ist heutzutage E-Sport eines der wichtigsten Kulturgüter der heutigen Jugend. Und nicht mehr wegzudenken. Und damit können Personen des älteren Semesters öfters nichts anfangen. Jetzt startet die ESL zu ihrer am 6. und 7. April stattfindend Frühlingsmeisterschaft in Düsseldorf eine Werbeaktion gezielt an eure Eltern und Großeltern. Mit den Worten, wir wollen allen Mamas, Papas, Omas und Opas, Tanten und Onkels in Deutschland zeigen, dass E-Sport der Sport der Zukunft ist. Für sie wird der Eintritt kostenlos sein. Zudem wird es die Möglichkeit einer kleinen Rundführung geben. Weitere Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung in unserem Link. Das waren die News der KW10. An dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung von euch freuen. Und damit ihr keines unserer Videos verpasst, einfach ein Abo dalassen. Außerdem interessiert uns eure Meinung. Welches der sieben angekündigten Sony-Spiele findet ihr am interessantesten? EA ohne klassische Pressekonferenz auf der E3. Ist das der richtige Weg? Und was glaubt ihr, könnte Forza Street sein? Nutzt dafür einfach die Kommentarfunktion des Videos. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020